Willkommen zurück zum VLDC9, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier in diesem Level musste ich noch den Secret Exit finden, oder den Weg zum Secret Exit. Das ist mir inzwischen gelungen, hat aber eine halbe Stunde gedauert, in der nichts passiert. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Aufnahme einfach nochmal neu zu starten. Es ist wirklich nichts passiert, ich bin nur rumgelaufen und es ist auch super unspektakulär, denn alles, was man tun muss, ist hier am Anfang des Levels nach links zu laufen. Ja, das ist alles. Ich war da in der letzten Aufnahme auch mal kurz, aber ich bin wohl nicht weit genug nach links gelaufen. Auf jeden Fall, das ist auch alles. Jetzt ist es wieder neu für mich. Was nicht neu ist, ist, dass Mario sich nicht gerne an Seilen festhält. Da kann man sich schon mal drauf einstellen. Oh man. Ich meine, irgendwie ja, aber gleichzeitig auch nein. Es gibt null Hinweis darauf, dass man das machen soll, oder? Für mich nicht. Okay Mario. Die starken Grabscherchen ausfahren, funktioniert. Sind das Delfine? Ja, die Plattformen sind Delfine. Da kann ich mich ja auf einiges gefasst machen. Geile Hitbox. Ey. Na, immerhin würde er, man würde ihn noch kriegen, selbst wenn er da reinfällt. Das ist ein komplett anderer Abschnitt nochmal, also anderes Konzept. Das Level ist echt mega cool. Und nur Platz 14. Da kann man schon mal drauf gespannt sein, was hier noch kommt. Welche 13 Level besser waren. Aber das Hindernis hat er gerne. Ich irgendwie nicht so. Weil das halt so oft vorkommt. Oder vorkam. In der Vergangenheit. Ha, RNG-Plattformen. Oh nein. Alles nur das. Ich lasse mich nicht zurück. Oh, ich habe es geschafft. Und dafür kriege ich nochmal einen Kuchen. Woraus ist der Kuchen eigentlich gemacht? Aus welchen Grafiken? Aus welchen Vanillagrafiken? Also er, der pusht das schon ziemlich an die Grenzen. Was man noch als Vanilla bezeichnen kann. Aber offensichtlich ist es gültig. So. Habe ich in der Welt alles gemacht? Keine Secret Exits ausgelassen? Falls ja, werde ich bestimmt daran erinnert. Wenn mir am Schluss irgendwas fehlt, muss ich alles nochmal ablaufen. Jetzt habe ich gesagt, dass wir... Wie viel habe ich denn überhaupt noch? Die habe ich noch nicht gemacht. Weltraum hatten wir auch noch nicht. Dann diese Geisterwelt. Und hier sind wir durch. Okay, also sind es noch drei Welten. Ja, okay, komm. Gehen wir in die Geisterwelt, oder? Da habe ich irgendwie Lust drauf. Die sieht schon so einladend aus. Diese Farben sind so hübsch. Hilfe an Eerie. Gut, dass man auf der Oberwelt nicht sterben kann. Haunted Woods von Gabriel Jani. Dann zeig doch mal her. Diddy Kong Racing Musik. Die mochte ich eigentlich immer sehr. Sehr reduziert natürlich für SNS, aber... Man erkennt sie gut. Du bist ja total durchsichtig. Plopp. Das ist irgendwie witzig, dass man Spinjumps auf Geister machen kann. In späteren Mario-Teilen geht das ja auch nicht mehr. Dang it. Hätte ich mir eigentlich denken können, dass das nicht funktioniert. Weil es kann ja gar kein richtiger Block sein. Wenn er nur zur Hälfte da ist. Irgendeine Röhre ist es immer. Ich sag's doch. Das gewöhnt man sich aber auch irgendwie mit der Zeit an, dass man einfach auf jeder Röhre kurz nach unten drückt. Hm. Habe ich hier was übersprungen? War da nicht ein Checkpoint? Ich dachte, da wäre ein Checkpoint gewesen. Den ich übersprungen habe. Blasen. Ich habe keine Zeit für meinen Blasentee. Im Ernst, Mann? Was habe ich denn hier alles übersprungen? Wie sehr abartig. Das ist so der Trick der Levelersteller. Wenn sie wollen, dass man Level zweimal spielt. Okay, es war kein Checkpoint. Es war nur die Münze. Mein Hirn macht manchmal komische Sachen. Hui. Schade, dass man nicht aus einer Röhre geschossen in den Flug übergehen kann. Warum eigentlich nicht? Mario? Sehr enttäuschend. Deine Fähigkeiten lassen zu wünschen übrig. Wie hat's aber auch Röhren? Ist das etwa schon das Ende? Das hätte fast... Das wäre... Könnte so in einem Mario-Spiel vorkommen. Oder das Level? Obwohl es dafür wäre es vielleicht ein bisschen zu kurz. Ja, kann man sich nicht beschweren. So kann's weitergehen und gleichzeitig nicht. Ich will mal was richtig Interessantes sehen. Old Factory. The Insanity. 84. Platz. Hm. Kann der Schalter was? Nee, ist der nur Deko. Eher Deko. Uff, was ist das denn? Die sieht man ja kaum. Muss das. Weiß ich jetzt schon, als ich davon getroffen werde. Boing. Mhm. Ach, die... Die hat mich die ganze Zeit gefragt, ob das vielleicht ein Hindernis ist oder nicht. Aber ja, es ist eins. Keine Deko. Ein bisschen aufpassen. Hm. Gypsy. Oh. Will er keinen Power abspringen lassen? Dann sind das vermutlich nur Lampen. Die für das... relativ geringe Licht hier sorgen. Hm. Okay, da... Ah, schon wieder vergessen. Das sieht doch echt aus wie Hintergrund. Warum ist das ein Hindernis? Hahaha. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, es hat Stacheln. Aber es ist so braun und unauffällig. Wie ein Kackhaufen. Konnte ich das ahnen, dass der da stehen bleibt? Nein. Ich finde das aber immer so witzig, weil die das perfekt timen. Ja, ich springe auf die zu. Und dann bleiben sie stehen. Das ist faszinierend. Warte, wie viel muss ich jetzt nochmal machen? Ich... Schon wieder vergessen. Okay. Dachte ich mir doch. So, dann überspringe ich den einfach komplett. Das ist sowieso das Beste, was man mit Gegnern machen kann. Die nerven wollen. Bäh. Nein. Wieso? Oh nein. Was ist das denn jetzt für ein Hindernis? Ah! Immer wieder tut man mir das an. Diese... Ach, da ist eine Säule im Weg. Knick in der Optik. Gib mal her. Ich brauch... Verteidigung. Hm. Habe ich mich verschätzt. Ja, hier jetzt schön reinlaufen, oder? Geisterkoopas. Boah, unspektakuläres Level. Sehr unspektakuläres Level. Natürlich kein totaler Reinfall. Sondern es hat Grund... Gute Ansätze. Aber... Wenig draus gemacht. Hier, ne Höhle. Ne Gruselhöre. Kusolein. Rocky the Tiger. 36. Platz. Mhm. Ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt. Nö. Nein. Wirklich. Ich hab auch ein bisschen drauf gezockt. Ich wollte wirklich wissen, ob der bis dahin kommt. Aber ja, er tut es. Da kann ich nicht rein. Auch wenn ein fetter Pfeil drauf zeigt. Es will mich nur locken. Gib das mal her. Sieht nach einem Level aus, in dem ich den gut benutzen kann. Gebrauchen kann. Hallöchen. Hat er mich schon zweimal erwischt. Jetzt darf er sich eine Medaille umhängen. Jetzt hat er genug. Jetzt hat er keinen Bock mehr. Hm. Interessante. Jetzt geht dann gleich eine Blockschlange los. Und ich falle hier in den Abgrund. Uff. Ist das eng? Ist das irgendein Sinn? Der kann einfach durchspringen. Der facet einfach mal da durch. Okay. Please. Lass mich. Jetzt respawnt er. Kann ich das hier versenken? Das ist prima. War da? Da war irgendwo so ein... Ich hab da irgendwo so einen Bleistift gesehen. Ganz ehrlich. Jetzt seh ich schon Gespenster. Oh oh. Ja, das ist nice. Frag mich nicht, wie er das macht. Wahrscheinlich, weil da so ein riesiger Pfosten ist, kann er Pfosten erscheinen lassen. Wie weird ich da wieder hängen geblieben bin in der Hitbox. Soll ich das jetzt wirklich riskieren? Diese Blöcke da zu aktivieren? Das lohnt sich wahrscheinlich nicht mal. Als ob! Wieso ist das dann überhaupt da? Ah, Hilfe! Na, okay, okay. Kurz ausruhen. Mit einem Power-Up. Danke. Das kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Da oben kann ich nicht langen? Wo geh ich denn dann langen? Ach komm, Chucky. Abgang. Die Münzen haben funktioniert? Obwohl die halb im Boden gesteckt haben. Ist das Giftwasser oder? Nein. Checkpoint. Dann geht's wohl in die Richtung weiter. Möchte mich aber kurz nochmal umsehen. Hat sich danach angefühlt, als hätte ich mega viel übersprungen. Da oben ist noch was. Vor allem... Hallo? Münzentechnisch sieht's noch sehr lau aus. Wow. Äh. Wo bin ich denn jetzt? Das geht... Ich komm da nicht durch? Warum denn nicht? Da hinten war dieser Raum mit den vielen Münzen. Den will ich natürlich auch noch genau unter die Lupe nehmen. Attacke! Hm. Die Verwirrung ist groß. Hier liegt ein Knochen trocken. Hier der Körper und da der Kopf. Was war denn jetzt mit dem Pfeil? Hä? Hm. Das? Soll's das mir sagen? Oder kann man den... Den... Au! Wie witzig! Das ist cool Das war zumindest mal der Secret Exit Das macht mich happy Ich bin immer froh, wenn ich Secret Exits aus dem Weg schaffen kann Aber damit ist auch mein Checkpoint wieder dahin Gab es auf dem Weg noch irgendwo eine Möglichkeit umzudrehen? Was ist, wenn ich hier den Damage Boost in Kauf nehme? Das bringt nichts Dieser Bereich hier Dafür gibt es null Punkte für Design von mir Ja, für solche engen Bereiche Ach da, da sind ja doch welche Ich habe mich also vorher nicht komplett verschielt Aha Tschüss Cooper Was ist denn das für ein Schild da oben? Hat doch bestimmt einen Grund, dass ich das jetzt alles nochmal laufen muss Ich meine, come on Einfach nur Spaß ist halber Secret Exit Und dann nochmal den ganzen Weg latschen bis zum Checkpoint Wie uncool Das ist eine gruselige Oh Gruselige Stelle Manche Hindernisse in diesem Level sind schon ein bisschen komisch Weiß nicht genau, was man sich dabei gedacht hat So Das ist aber auch sehr, sehr ungemütlich da unten Wegen dieser kleinen Schräge noch Da rutscht man da von selbst rein Ohne, dass man viel Dazufügen muss Zu diesem Rezept des Todes Also da unten ist Secret Exit Man Also noch bin ich nicht der größte Fan von diesem Level Gar nicht Überhaupt nicht Die Münze hole ich mir jetzt Das ist ganz wichtig Das ist die Glücksmünze Der Glückspfennig Drei Münzen sind hier noch irgendwo versteckt Hm, da ist schon mal eine Überlebe ich das? Nein Ich hätte es überleben können Wenn ich mich einigermaßen präzise hingestellt hätte Lol Lohnt sich's nicht mal Hm? Ist da unten nur Pfosten? Tatsache Einfach nur Pfosten Da geselle ich mich direkt dazu Das kommt nicht nochmal angerauscht und killt mich Das ist verwunderlich Wieso darf ich nicht sehen, was da unten ist? Offensichtlich ist da ja irgendetwas Hm Hä? Hä? Was ist denn das? Ein Schlüssel? Achso Vorhin war es auch ein Schlüssel Ja Logischerweise Kann ja nicht irgendwas anderes sein Doch theoretisch kann es was anderes sein Pfff Nein Den kriege ich jetzt nicht Haha Das ist so merkwürdig aufgebaut Was zum Geier? Ach Wie komme ich da runter? Vor allem ist da jetzt noch eine Lotuspflanze? Wo ist denn die nachher? Ah Keine Ahnung wo das hin ist Vorhin Haha Ich frage mich echt Wie man den Pelz kriegen soll Der ist ja wohl nur zu Trollzwecken da War ich noch mal ein Pelz? Ne Ich hab meinen gerade verschwendet Deswegen vermutlich nicht Nein Eigentlich kann ich mit dem nicht wirklich was anfangen Seiden Hm Ha Immerhin war der suizidal Mhm Halleluja Okay Jetzt schmeißen die schon mit Feuerbällen Ah Oh Gott ich muss hier weg Verfolgt er mich noch? Natürlich verfolgt er mich noch Jetzt steckt er fest Glücklicherweise Was gibt's hier denn? Stern? Oh nein Ich weiß nicht was ich mit dem machen muss Vermutlich hätte ich direkt in die Richtung hier laufen sollen Da unten ist noch eine Münze Ach aber kein Boden Ich mag das Level nicht Ganz ehrlich Ich mag's nicht Ich find das nicht gut aufgebaut Das ist so random Und ergibt überhaupt keinen Sinn Irgendwie Irgendwie konnte ich den Pelz retten So was mach ich jetzt mit dem Cop hier? Haha Komm schmeiß das Ding weg Das ist für nix gut Jetzt hätte er mich fast doch noch erwischt Das ist so stressig Warum ist denn das so stressig gemacht? Da unten sieht's auch so aus Als könnte man da hin Und Vielleicht ist da auch eine Münze Oder so Das ist auf jeden Fall irgendwas Weiß noch nicht genau Hm Power up ne Power up halt Sag ich nicht nein Kann ich's behalten auf dem Weg nach oben? Nicht so einfach Boing Ich mach den jetzt mal kalt Damit er mich nicht nervt So Musik ist cool Weiß nicht was man davon hat Vielleicht könnte man da runter So Diesmal gehe ich direkt in die richtige Richtung Lass mich nicht aufhalten Aber das ist halt super Das ist schon ein ziemlich heftiger Abschnitt hier Auch wenn man jetzt da reinfällt Ist man da nicht gesoftlockt? So Achtung I Tja den Treffer muss ich jetzt wohl leider in Kauf nehmen Komme ich hier überhaupt nochmal raus? Wie soll man das denn machen? In der vorgegebenen Zeit Sich die Münze zu krallen Und dann gleichzeitig noch Darüber zu kommen Ich meine jetzt muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen Weil ich hab alle Münzen Aber trotzdem Was ich hier probiere wird vermutlich nicht funktionieren Na Puh Nochmal einen Stern Zerquetschen können die einen aber nicht Da fällt doch wieder einer der Judges total aus dem Rahmen Und deswegen ist das so hoch platziert, oder? Ich fand das wirklich, wirklich Nicht gut 43, 43, 42, 36 Nee, die hat tatsächlich durch die Bank weg Überdurchschnittlich gut bewertet Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen Aeolian Blood Moon Level Engine Oh nein, ich glaub das spare ich mir für den nächsten Part auf Das hab ich jetzt wirklich nicht Nicht das auch noch Nicht auch noch Level Engine Bitte nicht Ruins und Blood So Deutschen Akzent mal richtig rausgeholt Guilherme F. Santos 34. Platz Jetzt Oh ja Vorsicht Das sieht aus wie Blut Also berühr's nicht Warum? Seit wann ist Blut denn giftig? Hm, 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 hm Ist doch sowieso nur Ketchup Ketchup mit ganz viel Konservierungsstoffen Deswegen ist es giftig Und man darf es nicht berühren Hä, Säge hat sich in Luft aufgelöst Schießt die? Natürlich Ja, hab ich nicht gesehen, dass das so eine ist Hat ja nur ne ganz andere Farbe Hm? Oh Wenn man sich immer innerlich schon auf den Power abfreut Und dann ist es doch keins Heute ist der Tag der Blasen Der Blag der Tarsen Krieg's mich nicht Ja, plätschert das Level so schön vor sich hin Und dann auf einmal Bäm So ein Hindernis Stehenbleiben Steinbu Das war ein angenehmer Checkpoint Ich würd so gern da reinjumpen Das sieht nämlich einladend aus Aber Heute geht's nicht mit den Statuen Die wollen nicht mein Freund sein Bingo Hm Ist doch nicht die Musik Die ich dachte Das war ne Hitbox Habt ihr das gesehen? Hinten Da hat das Preisschild von der Mütze rausgeguckt Und da wurde ich getroffen Hm Der Musik nach zu urteilen Wird's jetzt herausfordern Ja, schon ein bisschen Sägen Die müssten hier eigentlich alles kaputt machen Diese ganzen Holzstrukturen Ich spring jetzt mal nicht darunter Weil es mir wie ne dumme Idee vorkommt Na, John Hilfe Ist da irgendwo die Öffnung im Kreis Oder hat man die vergessen? Na Ha, come on Als Großmario ist das jetzt nicht unbedingt Also was ich eigentlich sagen wollte Als Großmario ist das nicht unbedingt bequemer hier Wie kommt man denn auf die Idee da ein Loch hin zu machen? Sehr gut hast du dich da hingestellt, Buhu Wirklich Großartig Hm 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 Also oft warte ich das nicht mehr ab Dann geh ich da einfach durch Und lass mich treffen Yes Münze Fortschritts Ist verzeichnet Hallöchen Schön euch mal wieder zu sehen Ist ne Weile her Hm Da kommt noch einer angeflogen Wie oft werde ich das noch überleben Ohne getroffen zu werden Immerhin kann man sehr schön auf die reagieren Ja, die brauchen sehr lang Bis sie ne Hitbox kriegen Was mach ich mit dem? Ich hoffe ich hätte ihn nicht schon aktivieren müssen Nein Ah ja, der hat jetzt übrigens keine Hitbox gehabt Weil alle Geister, die nicht Äh, im Bild sind Während sie spawnen Die haben keine Hitbox Lustige Sache Was hat mich berührt? Der Geist oder der Zacken? So Ah Die Münze war mir wichtiger als Mein Power Up Ah Das wär's gewesen Das Hätte eigentlich passieren müssen Wär typisch gewesen Also mir der letzte Geist vom Ziel noch abstaugt Ja, war in Ordnung Hat mich jetzt auch nicht aus dem Äh, Rocker gerissen Aber War in Ordnung Dann mach ich jetzt das hier noch Oder? Tropical Stronghold Wieso ist denn das nicht in der In der Tropical Welt? TCDW Das sagt mir auch was Der macht eigentlich ganz gute Level normalerweise, oder? 33er Score Hallo? Oh oh Äh Manchmal bin ich mir wirklich nicht sicher Warum die nicht stehen bleiben Wenn sie schon an einem vorbei sind Vielleicht weil sie einem den Rücken zudrehen Die merken gar nicht, dass Mario sie anschaut Das wär eigentlich ne gute Taktik für die Sie einfach mit dem Rücken zu einem Immer die ganze Zeit stehen Fishing Boo Was soll ich denn davon halten? Kommt dir ja selten vor Dass man ein gutes Level mit Fishing Boo hat Ein gutes Level mit Fishing Boo Ist Eines in dem er sofort wieder Einen Abgang macht Hahaha Ich will wissen, was da oben ist Vielleicht ist da nichts Eine Decke Manchmal mach ich Aktionen Wo ich mich hinterher frage Warum? Wieso mach ich mir das selbst so kompliziert? Mhm Komm hier dir nochmal vorbei Dickerchen Ups Wollte eigentlich die Blase wegrutschen Irgendwas, was Spaß macht Ach hier kann man Okay Ob man da wohl irgendwie dran kommt Wenn man einen P-Switch hat Also einen blauen und einen silbernen Möglicherweise ist das ja mein Ziel Stehenbleiben Ich würde wirklich Wirklich mich freuen Wenn die ein bisschen mehr Darauf achten würden Ob ich sie angucke oder nicht Tür Stacheln Sind die echt? Ich denk's mal Nein Nicht schon wieder Da hab ich mich noch gefreut Sie mal wieder zu sehen Aber so schnell hintereinander Natürlich So schnell hintereinander Natürlich nicht Da freut sich ja niemand Ach das war's auch schon wieder Sind wahrscheinlich Bekannte vom Fishing-Boo Die wollten nur nochmal kurz Hallo Oder sie haben vergessen sich zu verabschieden Das war's Münzen sind komplett Und hier ist das Ziel Also bisher diese Welt Ah Ich weiß nicht Hat so viele Mittelfeld-Level Die einfach nichts besonderes machen Weil die 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 ganz Die ganz vorne platziert sind Die sind Beeindruckend Und die die ganz hinten platziert sind Die sind wenigstens dann noch irgendwie anders Cool Also indem sie schwer sind Oder Nervig Oder irgendeine andere Art Warum sie einem im Gedächtnis bleiben Aber die Die sind alle so Von der Stange Naja Gucken wir mal wo das noch hinführt Ein Level das auf jeden Fall Im Gedächtnis bleiben wird Ist wahrscheinlich das hier Das guck ich mir dann beim nächsten Mal an Bis dahin Ciao Bis dahin 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 Bis dahin